Dresden, endlich haben sie sich richtig belohnt. Mit einer starken Leistung und zwei Traumtoren krallte sich Dynamo am Sonntag den ersten Sieg auf der schwäbischen Alb beim 1. FC Heidenheim. Niklas Kreuzer, 26. Minute, und Peniel Mlapa, 53, sorgten mit ihren beiden sehenswerten Treffern für das 2 zu 0, 1 zu 0, vor 12.100 Zuschauern in der Void Arena. Bis zu diesem 1. Oktober 2017 konnten die Schwarzgelben noch nie drei Punkte im Bus mit nach Hause nehmen. Für das Team von Trainer Uwe Neuhaus war der dritte Saisonsieg enorm wichtig, denn nicht nur, dass sich die Mannschaft mit zwölf Punkten Luft verschafft, sondern mit einem guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause geht. In der Partie, für die der Coach drei Änderungen vorgenommen hatte, merkte man schnell, dass Dynamo um sehr viel Disziplin und Ordnung bemüht war und versuchte, gezielt, aber mit viel Ruhe am Ball nach vorn zu spielen. Die Heidenheimer ließen es zunächst gemütlich angehen, ließen die Schwarzgelben kommen, die das Geschehen schon in den ersten 20 Minuten bestimmten. Dabei war Hartmann aussichtsreich auf halbrechts allein durch, passte dann aber Mlapa in den Rücken, anstatt selbst abzuschließen. Niklas Kreuzer, links, herzt nach seinem Tor Physiotherapeut Dennis Wöhr, der zuvor auch in Heidenheim gearbeitet hat. Der Gastgeber setzte im eigenen Stadion auf Konter, und kam einige Male gefährlich vors Tor. Doch die Defensive von Dynamo stand stabil, die vielleicht beste Möglichkeit von Dovendan entschärfte Ballas. Nach 26 Minuten verschaffte Erich Berko seinem Team eine wunderbare Freistoßmöglichkeit an der Strafraumgrenze. Kreuzer sagte die ANKE-Anführungszeichen, und chippte den Ball ganz gefühlvoll mit dem rechten Fuß aus 17 Metern unter die Latte Bände Strich 1 zu 0. Anschließend ging es im Vollsprint Richtung Physiotherapeut Dennis Wöhr, dem der Torschütze um den Hals fiel. Kreuzer hatte in der Woche für Wirbel gesorgt, weil er sich in einem Interview beklagte, dass er immer als Erster auf die Bank müsse, und er es nicht nachvollziehen könne. Neuhaus war davon wenig begeistert und meinte, für die letzte Saison kann er sich gar nichts mehr kaufen. Der Außenverteidiger gab die Antwort auf den Platz.